Hey und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Warsen. Und wir haben mittlerweile die Bude eingerichtet, also im letzten Part, im ganzen letzten Part. Und so geil das hier auch ist, ich werde jetzt die Bude verlassen und wir schauen noch mal, was wir hier eigentlich noch so haben. Erstmal ein bisschen Regen. So, hier sitzt schon mal einer. Ich würde mir ja Gedanken machen, wenn so eine Person auf einmal vor mir steht und dann nicht mehr weggeht. Also ich fände das ja gruselig, aber der Typ nicht. Für den ist das kein Problem. So, jetzt haben wir noch Händler und sowas. Oder auch nicht, oder vielleicht woanders. Oh, man kann ja durchgehen, das ist ja cool. So, dann gehen wir mal weiter, nachdem wir unser Hausgeschenk gekriegt haben. So, also das ist hier überhaupt noch nicht ausgearbeitet, wie man sieht. Aber kein Problem, wir finden uns auch so zurecht und laufen hier lang und gucken uns das an. Vielleicht kommen wir hier zu den Händlern. Hier geht es auch noch mal hoch. Ja, das sieht so aus. Hier kommen wir zu den Händlern. Was hat der denn geiles? Uh, Kristall. Sehr geil. Eisscholle, Schwert, Kronos, Kristallschwert. Gut, ich verkaufe erst mal. Wir werden dadurch jetzt zwar nicht reich, aber das ist kein Problem. Gotischer Helm. Schaden durch Menschen, durch Pitusis. Wutpunkte. Das sieht so, ich würde mal so kriegermäßig sagen. So sieht das ein bisschen aus. Aber es ist bestimmt auch ab 20, oder? Moment, jetzt bin ich bei einem anderen Typen gelandet. Das wollte ich nicht. Aber wir können ja den... Jetzt habe ich es verkauft, ne? Egal. Ja, Stufe 20. Habe ich es mir doch gedacht. Oh, hier geht es auch lang. Jetzt sind wir wieder beim Wegpunkt. Ich lasse jetzt einfach mal hier hoch, ne? Das kann ja nicht schaden. Wir gucken einfach mal. Eine schöne Mauer auf jeden Fall. Ey, diese... Diese Lichtspiegelung auch, ne? Ich bin echt begeistert von dem Spiel. Das hat man bestimmt noch nicht gemerkt, oder so. Dem kann man labern. Wortimär. Ich wurde hierher geschickt, um zu sehen, ob Durm mit den anderen Städten von Aliyah zusammenarbeitet. Ich vermisse jedoch manchmal Amarv und sein Gebirge. Außerdem verbergen die freien Kaufleute etwas, und ich werde es herausfinden. Schon bald. Okay. Dann hat der bestimmt irgendwann mal eine Quest für uns. So, hier können wir auch lang latschen. Oh, da müssen wir sogar hin, irgendwie. Da ist jetzt noch ein Wegpunkt, anscheinend. Gehen wir mal hin. Ja, äh, gar dumm oder so. Hey, ihr, wolltet ihr nicht ein wenig trainieren und dabei etwas Geld verdienen? Solange ihr keine Angst vor einem guten Kampf habt, seid ihr bei mir an der richtigen Stelle. Tretet als offizieller Gladiator in unserer Arena an und erlangt ungeahnten Ruhm. Nur die Stadt Dur bietet einen solch schönen Sport an. Sport, ja. Okay, das sieht so aus, als ob es das ist. Wir gehen da auch gleich rein. Da gehen wir schon mal nicht rein. Ich frage mich nur, ob wir die Arena packen oder ob wir einfach direkt sterben. Ich könnte mir nämlich beides vorstellen. So. Wir machen uns bereit, in die Arena zu gehen. Okay, sieht schon nett aus, ja. Also, wir können hier oben zwar nicht hinlaufen und es pisst wie aus Eimern, aber kein Problem. Oh geil, Moment. Hier haben wir Ufer. Zuzusehen, dass alle Spaß haben und Wetten platzieren, während Monster in der Nacht frei herumlaufen, lässt einen nachdenklich werden. Aber vielleicht ist es nicht so schlimm, wie ich denke. Also, ich finde, wenn man sich trotzdem ein bisschen Spaß verschaffen kann, finde ich das gar nicht so schlimm. Juwelier. Edelstein entfernen. Gut zu wissen. Händler. So, ritterlicher Stab des Blitzes. Unser ist ein Tickchen geiler noch, finde ich. Also, erst mal. So. Eben war auch nichts Besonderes. Boah, großartige Tränke. Ich dachte ja schon, große Tränke sind jetzt das Größte, aber anscheinend nicht. So. Emily. Emilia. Was? Okay. Der goldene Speer sollte den nächsten Kampf gewinnen, obwohl er sagt, dass seine Ellbogenverletzung durch die letzte Konfrontation mit Grosuga oder so nicht vollständig verheilt ist. Leider besteht die nächste Welle. Ich konnte nicht zu Ende lesen. Hier ist derselbe Typie. Techie. Ich hoffe, ihr seid kein Kämpfer, welcher Ruhm und Reichtum in der Arena finden will. Nein, ich will nur Reichtum finden. Alles gut. All diese Gewalt und dieses Blut. Es macht mich krank. Es ist ein hirnloser Sport. Aber wenn ihr keiner von ihnen seid, wollt ihr auf den nächsten Kampf wetten? Onkel Joe. Ich wette, bei dem können wir wetten. Haha. Würstchen mit Brötchen. Köstlich geräucherte Würstchen direkt aus der Wurstscheune von Onkel Joe. Sie können keinen Kampf ohne frische Wurst sehen. Ey, wo war es das? Ja, guck mal. Hier haben wir unsere Bubble. Hier ist Wur. Falls ihr jemals dorthin zum Kämpfen geht und dabei der großen Bärenklaue begegnet, lauft um euer Leben und schaut nicht zurück. Wenn ein Löwe und ein Berg Babys bekommen könnten, würde er diese Babys zum Frühstück fressen, ohne zu kaufen. Den Rest konnte ich schon nicht mehr lesen. Vorzeiten des Schicksals. Die kennen wir. Arena. Arachnophobie. Das ist genau das, wo ich auf jeden Fall hin möchte. Endlos. Endlose Arena. Na dann. Ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. Arachnophobie. Anzahl der Wellen eine. Mhm. Wähle eine Aufgabe. Dann latschen wir mal da rein. Ich habe keinen Plan, worum es geht. Aber es sieht cool aus. Ha! Die sind alle Level 20. Und wir sterben bestimmt gleich. Ha ha ha. Das ist ja nix. Das war echt eine Top-Idee, hier reinzugehen, Leute. Seht ihr? Das hat doch überhaupt nichts mit Spinnen zu tun. Nein. Gar nicht. Ich renne jetzt auch nicht einfach nur weg. Wow. Ey, guck mal. Ich bin ja richtig auf Speed hier. Das ist ja mal geil. So, ich warte jetzt, bis ich meinen Feuerhagel habe. Und die Spinnen eineisen kann. Und dann... Dann wird das. So, erstmal betäube ich alle. Nicht genug Umbra. Das lässt sich ändern. Boah. Jetzt rastet das Spiel aber aus, ey. Oh, jetzt kann ich. Oh. Oh, scheiße. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Okay. Überhaupt kein Lag oder so. Nein. Das habt ihr euch eingebildet. Okay. Okay. Kriegt uns das wenigstens EP hier. Okay. Habe ich nicht alle getötet? Redet mit dem Kerkermeister. Und wie mache ich das jetzt? Oh, Entschuldigung. Ich habe eine übersehen. Uh. Ich habe die Arena gewonnen. Nice. Und wir werden nicht reich dadurch, wie ihr seht. Und ein bisschen EP gibt es immerhin. Und es ist überhaupt nicht klein, diese Anzeige da unten. Wir heilen uns. Und gehen mal zum Ausweichtraining. Ey, das ist super. Das ist eine tolle Idee. Oh. Habt ihr mein Leben gesehen, Alter? Scheiße. Scheiße. Okay. So viel dazu. Wir probieren das nochmal. Also ausweichen. Das Problem ist, dass die Leertaste nicht immer reagiert, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen doof. Auf Wegrennen auch funktioniert. Oh. Digga. Näh. Mach doch keinen Scheiß mit mir. Ah. Ja, soviel dazu. Okay, wir probieren vielleicht mal das nächste. Okay, also aus war ich schon mal nicht. Aber die Zombie-Apokalypse. Belohnungen? Nein. Gibt's hier auch irgendwo? Ja. Oh, gucke mal. Ja, der Handschuh? Der Handschuh. Okay. Ich hab das Gefühl, dass wir hier sterben werden wie nichts. Tag des Feuers. Okay. Puh, hier gibt's aber echt nicht Loot, ne? Die Rückkehr von... Ey, wir machen mal die Zombie-Apokalypse. Wir checken das mal ein bisschen aus hier, ja? Wir gucken uns das mal an. Ey, das ist ne super Idee. Irgendwie hat das hier keine Wirkung, oder? Also muss ich vielleicht in die Fallen reinrennen? Das wär jetzt mal gut zu wissen, ne? Oder ich... Ich guck mal. Ich greife die hier an. Nix passiert. Ey, weißt du echt Bescheid, ne? Nicht aufhängen, bitte. Das Schlimmste ist übrigens nicht, dass sich das Spiel aufhängt, sondern dass dieser Ladebildschirm einfach gefühlt drei Minuten angezeigt wird, oder so. Aber ich skip das einfach. Das ist kein Problem. Ich kann's ja zum Glück nachträglich alles wegschneiden. Hey. Ja, da sind wir dann auch wieder, ne? Zu viel dazu. Ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt vielleicht die Arena erstmal meiden, wenn das Spiel da so zum Längen- und Abstürzen neigt. Kopfgelder können wir uns mal angucken. Ah, toll, ein Neuling. Bitte sagt mir Bescheid, sobald ihr Herausforderungen und Belohnungen sucht. Ich kann ein Portal zu den Tiefen beschwören und euch zu einem sicheren Tod führen. Ja, dankeschön. Natürlich nur, falls ihr es wünscht. Dies ist eine großartige Möglichkeit, sich selbst zu trainieren, aber nicht gierig werden oder ihr werdet nie wiederkommen. Ich kann euch in den Tod führen, bitteschön. Starte Kopfgeld. Digga. Dann nicht. Was haben wir hier oben? Die besten Liste. Oh, geil. Täglicher Dungeon. Ja, aber gut, dass wir auch Level 20 sind, ne? Oh mein Gott. Kommt, kommt näher. Sucht ihr ein Abenteuer oder eine Herausforderung? Ihr wollt euch unbedingt mit anderen messen, dann wird der tägliche Kerker euch in die Armee... Ach, in die Armee nehmen, genau. In die Arme nehmen und ordentlich quetschen, bis ihr glücklich und zufrieden seid. Die Herausforderung wird jeden Tag ändert. Okay. Das kriege ich hin. Gleich sterbe ich. Ich sehe schon, komm. Ich will ja keine Bestenleiste, genau. Ich will jetzt nicht in die Bestenliste kommen oder so. Ich will ja einfach nur mal gucken, was das hier so geiles ist. Und was man hier so für Belohnungen vielleicht kriegt. Wenn man so ein Dungeon gepackt hat. Was was bringt. Ihr Orks, ne? Ihr nennt euch hier anstürmende Orks und rennt weg wie die kleinen Pisser, ehrlich. Also... So, wir lassen hier mal so ein Eis reinregnen. Ja, dumm gelaufen, meine Freunde, ne? Hier geht's auch weiter, okay. Schauen wir mal. Eine Armbrust. Nehmen wir mal mit, ne? Ich habe ein bisschen Patronen, aber naja. Bin mal gespannt, wo dieses Spiel noch so hinführt. Eine blaue, handgeschmiedete Axt. So. Ich finde auch einfach mega gut, dass man das so drehen kann. Ist einfach super geil gemacht. Wenn das als Diablo 4 rausgekommen wäre, ey, das wäre bestimmt so ein richtiger Kassenschlager geworden. Bin mal gespannt, ob die das vielleicht ähnlich machen. Wobei es dann ja... Wobei die Leute dann so rummeckern, so hier, das habt ihr jetzt aber von Wilson geklaut, nur weil das gut läuft oder so. Aber das im Diablo 4-Stil, oder so im Diablo 3-Stil, was dann als Diablo 4 kommt, wäre mal interessant. Wobei es ja bestimmt auch schon in Entwicklung ist, Diablo 4. Wo gehe ich lang? Wo gehe ich lang? Wo nein? Da, wo es brennt. Da ist gut. Eine Truhe. Die habe ich bis hier leuchten gesehen. Wir Untoten, ihr müsst jetzt mal leider von uns gehen. Ritterlicher Stab des Feuers. Wir nehmen aber die Holzfäller-Axt. Huch. Ja, manchmal passiert es halt aus Versehen, dass man so einen ganzen Feuerball loslässt. Wenn man gerade mal wieder auf dem Markt ist und sein Obst kaufen möchte und aus Versehen den ganzen Stand abfackelt oder so ist. Das kennen die Leute schon. Was ist das denn geiles? Wow, Explosionsschnecken. Mal gut, dass wir Fan-Camp sind. Schnecken, die explodieren. Das habe ich auch noch nicht erlebt, ehrlich gesagt. Also ich kenne ja schon so viele Games, aber Schnecken, die explodieren. Schon cool. Der war nicht mit einem Schlag tot, der Gute. Jeden Tag gibt es so ein Ding. Das ist ja cool. Oh, nice. So, du musst leider sterben, Menschenfresser. Und du brachialer Ork leider auch. Wir haben Leichenbestatter des Frostes. Cool. Die Frost-Nova kennen wir zwar jetzt schon, aber ist ja kein Problem. So ein bisschen Umbra-Regenerierung hier. So, gehen wir unten lang, gehen wir oben lang. Hier liegt erstmal ein bisschen Geld. Das heißt, wir gehen erstmal hier lang. Okay, da ist eine Sackgasse, aber ich möchte gerne gucken, ob wir dort... Oh, das kommt mir bekannt vor. Das habe ich in irgendeinem Dungeon schon mal gesehen. Natürlich gibt es hier keine Truhe. Das wäre ja auch zu viel verlangt gewesen. So. Dann haben wir hier noch einen Typen. Der anstürmende Ork, der uns nicht mal so registriert hat, dass der uns überhaupt was konnte. Ich frage mich, wie lange das geht, hier so ein Dungeon. Aber das werden wir gleich sehen. Ich habe... Wir hätten ja auch mal in der Bestenliste auf die Zeit gucken können, was die Leute so laufen. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Vielleicht habt ihr da drauf geachtet. Aber wir können ja einfach mal gucken. So, haben wir den auch schon mal besiegt. So, wir nehmen erstmal den ganzen Wut hier mit. Vielleicht sind wir voll. Ich sehe es schon. Hey, aber Geld können wir für unsere Wohnung gebrauchen, ne? Das ist erstmal das, was ich primär einrichten würde. Kein Platz mehr. Ich wusste, dass sowas passiert. So, jetzt haben wir aber Platz. Kann man sich denn mal eben zurück teleportieren und die Sachen verkaufen? Ich finde auch geil, man hält da voll die Feuerbälle rein und das juckt die einfach nicht. Die bleiben da stehen. Ich werde die jetzt nochmal schnell zerstören hier. Oh, ich kann das hier nicht benutzen. Oh nein. Was mache ich denn jetzt? Ich muss die ganze Wut hier liegen lassen. Was soll das denn? Das finde ich jetzt aber nicht okay, ehrlich gesagt. Da ist so viel. Das sieht so aus, als ob wir langsam Richtung Ende kommen. Leichenbestatter. Schon wieder Leichenbestatter hier. Das nehmen wir mal mit. Zur Bewegungsgeschwindigkeit kann ich schaden. Ruhr Goldstein. Wir können ja hier mal diese weißen Sachen mal rausschmeißen, ja? Ja, wir nehmen halt noch ein paar blaue mit. Und hier Bücher. Bücher ist auch noch keine schlechte Idee. Und solche Steine hier zum Beispiel. So, jetzt werden wir hier unten nochmal ein bisschen... ...sich hier in den Tasten täuschen. So. Die Karte, oh mein Gott. Die schaffen es ja nicht mal bis zu mir. Aber okay. Ich will mich zurückporten und meinen Loot verkaufen. Oh, ich liebe Feuer einfach. Feuer ist toll. Oh, das sieht aus wie das Ende. Oh ja, genau. Oh, jetzt habe ich natürlich kein Umbra mehr. Habe jetzt gedacht. Kann ich hier gleich nochmal zurückkommen und... Oh, ein Schwert. Okay, wir nehmen das Amulett mal mit. Werden die Viecher nochmal schnell umbringen. Hier ist noch einer, ey. Sag das doch mal, einer. Die ist schon wieder voll hier mit Items, ne? Warte mal hier. Hier werden wir angegriffen. Da ist auch noch eine Truhe. Und da geht es anscheinend schon raus. Es ist so viel Loot hier. Könnte ich alles mitnehmen, ne? Okay. Oh, nice, ey. Rockisches Schwert. Das werden wir auf jeden Fall mal aufheben. Vielleicht kann man es ja gebrauchen. Okay. Wir haben es geschafft. Und manche sind ja einfach in 23 Sekunden durchgerannt. Oder drei Minuten. Aber wir haben uns Zeit gelassen. Aber wenn es an jedem Dungeon-Ende so ein Dings gibt, ist nicht schlecht, ne? So, Schaden durch menschliche Gegner. Minus Schaden an, ach so, Schaden an Untoten. Es gibt 20 Willenskraft. Das sieht auf jeden Fall besser aus. So, dann verkaufen wir das hier mal. Und das einfach auch. So. Für dich habe ich ein paar Bücher, mein Freund. Bei dir verkaufen wir jetzt mal den Steinen. Wenn wir das jetzt nochmal laufen, kriegen wir dann nochmal so eine geile Waffe. Rockisches Schwert. Schick, schick. Was ist mit unserer Hose passiert? Alles klar, dann kaufe ich uns mal schnell eine Hose, ne? Ist ja kein Problem. Klappenschurz. Ist das eine Hose? Ne, sieht nicht so aus. Unsere Hose ist einfach weg. Solange unser Helm nicht einfach weg ist, das wäre ein bisschen ärgerlicher. Wutpunkte. Irgendwie ist das scheiße, aber... Ach, der eben unsere Hose einfach weg war. Gut, sage ich mal nichts zu. Ich mag das. Dieses heilige Geräusch. Ist einfach super geil. Der Juwelier. Hey, es waren ja auch nur ein paar Juwelen in unserer Hose. Ist ja kein Problem. Mir liegt einfach ein paar Kids mit auf der Straße. So, nie los. Du warst der coole Dude, der hier so Sachen verkauft hat, ne? Breitschwert, Pistole, Bogen. Der Erntegerüstschwert. Schwert. Hammer. Templerarm. Brust. Axt. Ja, wie gesagt, das sieht halt mehr nach was anderem aus. Buntes Templars. Wir können uns ja auch einfach mal einen zweiten Charakter erstellen und da so einen richtigen Krieger draus machen. Das würde mich im Vergleich auch mal interessieren. Vargas. Hat der jetzt eigentlich mal Kopfgelder für uns? Nö. Wenn wir die Pforte sagen hält. Willst du deinen Fortschritt in der Pforte des Schicksals zurücksetzen? Ah, das ist natürlich praktisch. Nein, jetzt gehe ich hier wieder rein. Gut. Dann mache ich den mal und mache eine ganz kurze Aufnahme-Session-Pause und am Ende gucken wir mal, ob wir dasselbe Item kriegen. So, ich bin jetzt durch und man sieht, ich habe zumindest noch so ein Item gemacht. Auch, äh, wenn uns das jetzt, glaube ich, nicht ganz so viel bringt. Aber hey. Naja, ich habe hier eine Menge andere Items noch. Wir haben hier, glaube ich, schon mal eine bessere Hose. Zumindest mit zwei Sockeln, ne. Können wir das Schummel austauschen zum Beispiel. Sonst kann man auch noch gucken, was man hier Schönes bekommt. Ja. Also, ich habe jetzt bis jetzt eigentlich nur die blauen Items eingesammelt. Zwischendurch sind auch mal so ein paar Weiße mit dazu gekommen. Und, äh, Geld gibt das auch nett eigentlich, finde ich. Also, kann man auf jeden Fall machen. Und wenn es halt, ähm, regelmäßig Legis gibt, warum nicht, ne. Ja. Wollte ich nur noch mal gezeigt haben. Ich habe in der Zeit auch ein Level-Up gemacht. Ja. Ich würde das, äh, Let's Play Wilson hier an sich auch erstmal beenden. Und eventuell dann in einem Stream mal schauen. Ich werde Offscreen wahrscheinlich auch, ähm, nutzen, um hier vor allem, ähm, auch mal die anderen Sachen auszuprobieren. Wie Bogenschütze und so. Wobei ich da am Überlegen bin, ob man das dann nicht vielleicht so macht, das dann mal in einem Stream zu machen. Dann könnt ihr euch das auch mal anschauen. Wenn wir einmal auf Bogenschütze gehen und dann einmal auf Krieger. Das würde ich gerne ausprobieren. Ähm, dass ich, ich sage mal, diese Drogen. Drei Charakterklassen auf jeden Fall mal ausprobiert habe. Das fände ich schon gut. Ja. Gut, dann. Würde ich sagen, wir sehen uns vielleicht in einem Stream wieder. Werde jetzt hier auf jeden Fall mit dem noch ein bisschen fahren. Kann ja nicht schaden. Ja, ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen beim Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, nur zu. Ihr könnt gerne eure Meinung mal zu dem Spiel sagen. Jo, ansonsten dann erstmal, ciao und bis zu einem weiteren Projekt.